Auf in Level 2! Okay, Alter, ich hab keinen Bock hier, die Scheiße hier so oft zu machen. Das ist ja nicht mehr jed, ey. So, ich kürze jetzt hier ab. Ja, gleich hab ich sie geschafft. Level 2 ist so gut wie sicher. Oh, war das knapp! Ich glaube, ich benutze jetzt Safe States. Das mach ich einfach so. So, schon mal gespeichert. Okay, schnell hier weiter geht's. Das war nix. So, noch mal. Ey, kommt, ja, nehmt mir das nicht übel. Wie lange wollt ihr mir hier zugucken? Das geht doch nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? So eine scheiße Sprungfedern da. Okay, Moment. Alles klar, Entschuldigung! Oh, fuck, ey. Oh, oh, Mann, dieser blöde Feuerding, ey. Entschuldigung! Oh, Mann. Oh, puh, das war knapp. So, ich glaube, hier kann ich stehen. Äh... Schnell, 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 schnell! Oh! Oh! Und schon sind wir in Level 4! So. Man kann ja noch eh leben, wa? Also wenn ich jetzt abkratze, dann ist das ja nicht so schlimm, weil da oben ist irgendwie noch ein Leben an dir zeigt, weil ich so viele Punkte schon hab. Aber egal, man muss sich ja nicht unbedingt drauf ankommen lassen. Mann, was sind denn für scheiß Feuerdinger hier, ey? Jetzt reicht's! Äh, toll. Ganz toll. Ja, mach hier, Mario, lass den Hammer los. Meine Güte. So. So. So, wenigstens können die Dinger ja nicht rüber, weil ich die Lücken hier schon kaputt mache. Wah! Oh, und ich hab's geschafft, Freunde. Yeah, Tram! Tschüss, Mann! Boah, Herr Schott! Geschafft! Ich hab's wieder mal geschafft, oh yeah! So. Nein, nix da. Jo, raus hier. Ach, puh. Oh, ich hab's geschafft. Ein Glück, ey. Und da ist die Banana! Donk, donk, donky Kong! Yeah. So, jetzt will er mir sagen, dass sich noch einen Special-Preis hebt. Für ne zweite Runde. Soll ich das auch gleich noch machen? Ja, ich mach das, glaub ich, auch gleich nochmal. Weil, dann krieg ich nämlich die seltene, ultra-coole Nintendo-Münze. Okay, drückt mir die Daumen, dass das jetzt klappt. Oh mein Gott. Oh, ey, wenn, mach ich das jetzt gleich mit einem Mal. Ich hab kein Bock, hier nochmal herzukommen. Da, seht ihr, da? Ja, die Nintendo-Münze. Alter. Boom. Boom, 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 boom. Ich will ja auch schon eine Nintendo-Münze haben. Na, mal sehen, was da raus wird. So, war das jetzt eigentlich schwerer? Eigentlich nur... Oh! Ey, das ist ja schwerer. Oh Mann, das wollte ich ja nicht. Das wollte ich ja nicht. Oh, hier ist ja so ein scheiß Feuer. Ey, das ist ja voll fies, ey. Oh, fuck, Alter. Oh, fuck! Oh! Ähm. Oh, das ist ja jetzt so schwer. Gut, Freunde, ich mach das dann ein andermal. Man kann's ja mal probieren. Ist nicht so, dass ich jetzt der Typ bin, der Scheine aufgibt, aber... Nee, nee, nee. Ihr müsst unterhalten werden. Okay, also ist das Gebiet noch nicht befreit, außer die Münze. Hopp, wiii, zopp. Oh Mann, du blöder komischer Typ da. So, jetzt will ich aber mal ganz woanders hin. Und zwar, so, ich will die Maschine aktivieren. So, muss ich erstmal gucken, wo da hingeht. Moment mal, ich porte mich erstmal zurück. Bist du so? Wir machen die Maschine jetzt an und dann wird's hier richtig laut und... Oh mein Gott. Und diese Grafikfehler, ey. Ich glaube der nicht. So, Testing Depot. So, links brauchen wir nicht lang. Aber halt hier muss jetzt mal irgendwo was sein. Okay. Fatz, geh mir einfach mal da lang. Zu R und D. Ja, mal gucken. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Hier ist überall Münzen, ey. Wo noch was anderes? Nee. Ey, so viele Münzen. Da habe ich ja eigentlich in Erinnerung. Oha. Ah. So, jetzt können wir ein bisschen schon mal uns porten. Oh, was ist denn das hier? Das ist ein Hammer. Da geh jetzt mal hin. Hey, blöde Robobiene. Hau ab, Mann. So, wo bin ich denn jetzt? Ach, da war ja, hier muss ich gar so ein scheiß Renn fahren. Uh, 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 uh. So. Ich glaube, der Hebel macht die Fabrik an. Und stimmt's? Dum, 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 dum. Ah, die Kampfplatte. Und, äh. Nix. Okay. Hä? Ja, er muss sich erst mal aufziehen hier, Trottel. Aua! Ey. War das Kopfnuss. Dum, dum, dum. Warte, 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 was ist hier bloß los, ey? Dann war das jetzt hier aufgehangen, aber irgendwie nicht viel. Dum, dum, dum. Wo ist denn dieser scheiß Schalter? Ich mach erst mal den Battle hier. Wutsu, du, du, du. Du, 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 ba, ba, ba. Oh, scheiße, Alter, ist schon so ein komischer, fetter Sack dabei. Wats, wats, wats. Und Kaffner, Spatz. Uh, uh, wats, wats. Wats. Da, 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 da. Die paar Sekunden, die ich da aushalten muss, ey, ist so billig. Hup, und sag Tschüss. Na, war das gut? Wats, 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 wats. Bats. Kopfnuss, Kick. Voll in die Fresse. Da, 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 da. Was willst du, Mann? Wats. Und du genauso. Wats, 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 wats. Ha. Uh. Oh, es wird beinahe als ausgesprungen. Wats, wats. Und nur noch, drei, zwei, eins. Gut gemacht. Donkey Kong. Yeah. Wie gesagt, ein riesiger Sammelwahn ist hier, ey. Oh, bist du für einer? Ist doch der Typ von für Lunky. Donkey Kong. Äh. Warte, jetzt. Warte, jetzt schon wieder. Wo bin ich die Netze? Oh, nein. Och. Äh. Äh, Freunde. Das ist ja schon das dritte Mal, dass das passiert. Dieses Spiel, diese Emu, diese Rom, ist übelst verbuggt. Ganz komische Dinge passieren hier. Ach ne, ich wollte erst mal mit Donkey Kong das jetzt aktivieren hier, den Scheiß hier. Muss ja hier irgendwo sein. Oh, die Posaune von Lunky brauche ich da? Ähm, okay. Mal hier weiter gucken. Was war denn hier überhaupt? Ist doch gar nicht. Hm, egal. So. Oh, Bananen. Bananen. Haha. Nur 30 Bananen für unseren Affen. Hui. Oh. Äh. Oh, ein Schalter. No Adminstance. High Voltage. Okay. Die Tür ist open. Gucken, was hier los ist. Oh, Bananen. Und Münzen. Yeah. Schon 80. Na, und 90? Ne. Okay. Dit müsste jetzt aber die Maschine, glaube ich, hier in Gang bringen, oder? Ich hoffe es mal sehr. Ja, okay. Äh. Kameramodus. Dum, dum, dum. Online-checking. Starting. Autoproduction. Autoproduction. Jetzt geht die Maschine... Ah, jetzt geht alles hier los. Jetzt ist wieder... Jetzt ist cool. Jetzt geht's hier rund. Oh, hier ist auch noch mal richtig viele Bananen zu holen und alles mögliche. Und da ist noch was für Donkey. Das weiß ich auch noch. Oh. Wow. Für den Hebel drückende Banane. Geil. Seine dritte. Donkey Kong. Da freut sich aber einer. Hä? Moment mal. This way up. Hm. Okay, raus hier. Da, 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 da. Ist hier noch irgendwo was? Ne, hier ist bloß ein Didi-Schalter. Na, dann machen wir als nächstes Mal was mit, 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 mit Lunky Kong. Ja, ja. Der ist cool, der Affe. Ah, ich glaube, das müssen wir dann im nächsten Part machen. Weil meine Zeit ist schon wieder vorbei. Vorbei. Ha. Oh, der hat ja kaum Bananen, ey. Na gut, also im nächsten Part geht's weiter mit Lunky Kong. Bis dann, ciao.